Solche Maps gar nicht erst im Ranked Pool immer drinne. Outback war auch ne Weile lang nicht drinne. Gerade neue Maps haben wir sowieso nicht. Sollen wir lieber das Flugzeug wieder reinmachen? Das kannst du richtig dicht machen. Sag mal, was soll das? Ich hasse es, wenn wir zwei mit Unterzahl sind, ne? Wir müssen uns die ganze Kacke an... Hm. Angucken, was sie verzapfen jetzt. Nice ban, man. Hm. Nice, nice. Geil. Sick. Thanks for the Carry. Läuft ja! Wir müssen alles durchbannen, aber wahrscheinlich wollen sie trotzdem das wieder ancarrieren. Locker. Ne, ich bin jetzt raus. Ich bin jetzt raus. Aber ey, die Operator brauchen wir hier sowieso nicht alle. Das ist total schwach. Scheiße. Wahnsinn. Wir brauchen Hilfe, haben wir gesagt. Hilfe! Hilfe! Niki, der ist ja immer noch am... ...enden... ...vernaschen. Ende, Ende, Ende. Jetzt sind Ende auf den Schoß. Ende, Ende, Ende. Jetzt neu starten. Okay. Ja. Windows hat weg, ja. Snowfuck. Ne, Handy. Oh. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ausgemacht hab. Oh. Drone has located a bomb. Oh, das ist eigentlich nicht geil wie... Oh. 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 Fenrir. Natürlich nicht gebannt, ne? Thank you. Now we have to play against Fenrir. We have a very good game on that. Heh. Was sag ich? Die machen die Buns und fallen um. Ja. Ja. Geil. Ja, da liegt einer. Hier. Aber er wird gerade aufgehoben. Oh, hier sind ganz viele. Ganz viele sind da, aber meine Drohne ist tot. Oh, noch einer. Alter. Zwei sind weggehauen. Mit der Waffe kann ich... Oh, ich dachte, die wird tot. Ich auch. Scheiße, das ist ja gar nicht mein Passwort. Jo. Das lief ja wie geschmiert. Äh... Ja, aber du sie bannst und dann hast du keine Strategie? Wenn du die Elektrizität möchtest, dann solltest du spielen. Broja Vorpens! Calm! Was sind hier? What the fuck? Englisch, man. Aprende espanol, subnormal! Mann! Sehe ich auch so, du. Mein Freund. Sehe ich auch so. We need to locate a bomb. Spanier sind das, alter. Was? Was? Hier war mal ein Fenster. Da war alles noch einfacher. Mhm. Scheiße Fenster. Ich mochte die Map sowieso lieber vor dem... ...letzten. Das verstehe ich nicht, ne? Ja. Ja, ich auch. Ich verstehe das nicht, ne? Wann den und den Scheiß? Ah, keine Schatten wieder. Wollt er gerade raus werden irgendwo? Doch, er hat ihn raus. Ja, ich mach mir einfach hier einen Fenster rein. Pik mal, pik mal. Ja, wir piken, ja wir piken. Ich weiß es. Ich mach mal ein bisschen Lärm. Vielleicht kommt er dann. Hm, peekaboo. Hm, peekaboo. Nee. Ich bleib ja trotzdem ein super Winkel zum Halten. Mal ganz kurz haben wir ihn gelegt. Autsch. Jawoll. Wie das überlebt wird. Allein das. Nicht überleben wird. Nee. Ist das schon wieder los. Sehr schön, ich hab jetzt nicht wirklich viel gemacht. Aber das ist halt ein krasser Winkel. Weil die Wand wird selten gemacht irgendwie. Die wird irgendwie reinforced. Man kann eigentlich super Winkel halten. Reinrennen. Geiler Typ ey. Krasser Typ. Nee. Ja, Niki kommst du, ja. 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 Ich bin so... Ich hab echt Glück, dass wir's noch eine Runde gewohlt haben. Es ist Kitschen, aber ich gehe trotzdem oben rein, weil die Goma dann oben ist. Ja. Hier ist einer hinterm Schreibtisch. Ist ja eh von oben eigentlich zu angreifen. Ja ok, da brauchen wir gar nicht hingehen, das ist so weit weg vom Zeitpunkt. Ja. Mami! Ich habe Pinnis, ich habe Pinnis. Mami mit Pinnis. Ja. Mami mit Pinnis. Ja. 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 Was ist das? 4 hinter mir was ist das ist stimmt das links links noch das läuft ja sehr gut ja ich war auch greedy, ich hätte einfach mal drohen sollen vernünftig ich habe nur reingerann, gekloppt da, aber jetzt ist auch viel zu laut wie Spanier ich habe doch keine ahnung, Freunde, ich bin doch nur Passagier ich bin doch der Uwe ich bin auch dabei genau der ja ich wollte mehr Löcher machen, also ich wollte meine Impacts verschwenden, weil ich ich bin doch nicht ich bin doch nicht ich bin doch nie vernünftig umgeguckt hier, wenn ich so laut hatte, wenn ich so erinnert habe voll versteckt ich höre sie schon überall dragon glaube ich im window die rappeln am Balcon hier einfach ganz normal achso die machen schon Airjabs die hält eigentlich niemand die Was ist das? Mist. Bei den Drums. Da ist er. Der 1. Der guckt in den Raum rein. Ich vergesse, dass man das noch nicht durchschießen kann durch den Schlauch. Der guckt in den Raum rein. Der guckt in den Raum rein. ich aber auch nicht bin genau in dem moment rausgesprungen wir mich angeguckt das war richtig dumm so okay warte mal es ist jetzt hallo hallo sie tut sie ja wie sieht es aus ja wie geht es aus wo es geht warte mal wer keine kait habt haben wir nicht das ist echt geil das doch jetzt diese vorgestern vier fünf runden im solo queue das ist echt immer eine katastrophe ja bei solo queue musst du dich doch einstellen dass du carry'n musst vor allem wenn wir eine neue wir sind ja auch erfahrene spieler normalerweise gold platin ist lang her haben wir schon die pflicht in der richtigen jeder hat schon die pflicht ja allerdings ist es ungerecht war immer und ja ja weil dort merke rasch wird und da ist einfach nur gerasche oder ja ich muss sagen aber da waren auch viele bei die halten ich habe mich gerade mit dem account also mit meinem main account gestern eingerankt junge es waren auf und ab also ich fängs halt kopper an kopper drei junge let's go ja ich fühl dich gerade alle von hinten weil sie so dumm sind zu reagieren auf meinen das war monty und nur mehr verbreite angst und schrecken bei uns fängt das gleich an richtig zu gewittern alter ja 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 das durch da finde ich auch manchmal echt entspannt ne bin ich ehrlich finde ich mega geil ja das steht da vor der wand das war dritte wie ich jetzt von hinten getötet habe der wollte geheilt werden vorab vor allem leider nicht bewegt vorhin war es der mann gemütet ist kann man nicht mehr gehalten werden ja die Kürze der meine Wand auch zugemacht die geöffnet haben kommen wir weiter raus gehen ist hier war um mal an dass wir meinen gewesen drei leute Ach komm. Ich hole mal wieder meinen Main-Daddy raus hier. Smoke. So viel damit gespielt mit ihm früher. Aber es hat auch noch ein Schild gehabt, das war viel besser. Mit Schilden kann man eigentlich so viel machen. Der gute Smoke. Soll ich ihn wieder. Soll ich ihn auf. Das war's. Soll ich ihn, wenn ich ihn zum Beispiel. Schau. Soll ich ihn. Das war's. Ich weiß, dass wir ihn nicht gefallen. Das war's. Du hast ihn Ausbau. Es ist das, was du? Ja, das war's. Soll ich ihn. 5 Sekunden zu werden. Ich muss das mal nicht so machen. Weißt du, dann geben sich die Mühe um, Dings zu machen, aber nicht die Außenwand. Hatch und so und solche Barricades, aber nicht die Außenwand. Wer füllen die sich? Oh, die wollen die was. Fenster! Glaubst du noch jemand drinne? Ja. Scheiße! Ich dachte, er wollte gerade nachladen. Scheiße! Ich hab eine getötet, direkt von oben. Reloading! Ja, sie hat gar nicht so nah an Diffuser sein müssen. Sie hätte noch einen Meter Platz nach hinten zu gehen, glaube ich. Das war so dumm. Ich hab einfach gerusht. Wie so blöd. Das ist so Bronze. Das ist so richtig guck. Einfach nur Sachen reinschmeißen und hoffen, dass man planen kann. Das funktioniert auch noch bei den Leuten. Ja. Das ist das Traurigste. Dass das funktioniert. Wenn ich sowas machen würde, würde niemals funktionieren. Millionen Jahre nicht. Das ist das auch immer. Man sieht auch immer so geile Tricks und so, die man machen kann. Dann macht man die selber. Klappt niemals. Ich will Gridlock haben. Geh mir vor auf den Sack. Ja, ist so. Merkbar, dass die vorne alle... drei Leute untereinander weg sind. Weil er hat Finger raus. Oh. Also... Da knackt es auch. Keiner. Liedig. Obwohl, ne wir können auch direkt schicken. Die roben ja so gerne im Office, obwohl sie... da keine Bombe haben. 10 Seconds. 5 Seconds für insertion. Ja, eine Bakery aber im Restaurant. Direkt auf der, auf dem Restaurant-Bar hier. Wie ist das Barbecue gerannt? Die Bakery ist in Barbecue. Lernschen Drone. So will ich auf der Tempo? Oh, die hört mich nicht. Da ist sie dumm. Oh, man redet doch. Oh, da läuft mein Dauphal. Bei Drum. Alter. Warum? Beide bei mir. Kannst aber hier rein. Ja, immer noch. Schön. Schön, schön, schön. Hätte ich nicht mehr gedacht, aber... Ich auch nicht. Ich hab's nicht gesehen. Tschüs. Eieuiui. Oah, phu. Jega Dega 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 Dega. So die Fraschen sowieso wieder, ich glaube ich nochmal einen Jäger für die Candelas von Ying. Aber rausrecken. Ja, jetzt schreibe ich mich doch nicht so an. Junge. Jetzt kann man wohl am besten rauskommen. auch vor Ort ja hier kann man nicht rausbrennen wir haben ja Fendry auf unserer Seite sehr gut oh die Rush glaube ich immer ja einer ist ein Dragon äh ja Office hat jemand die Wand von aus Alter wo schießt der denn hin das wäre ein 100% Kill gewesen ich hab den Diffuser ein ganzes Diffuser in der Office komm hier hier komm rein bar jawohl schön gut dass ich den Diffuser gefischt hab, Alter. Schön! Nice, let's go, Alter! Gute Runde. Sit your ass down, kid.